Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Gemeinschaft erhalten bleibt durch Vereine, durch Organisationen, damit einfach die Menschlichkeit in unserer Zeit nicht auf der Strecke bleibt. Das ist meine Meinung. Mein Name ist Marianne Moskla, ich bin 70 und bin in meiner Freizeitopfer der Goldhaubengruppe in Vondermassenbach. Das ist was klassisch oberösterreichisches. Um Zwiebelsalz herzustellen, braucht man in erster Linie natürlich Zwiebeln. Alle meine 160 Frauen haben Zwiebeln angebaut in ihren Gärten auf den Feldern. Man braucht Salz. Die Zwiebeln werden getrocknet, verrieben, mit dem Salz vermischt, dann in Gläser abgefüllt. Salz, Zwiebeln, der Spagat, die Gläser, also es ist alles regional von unserer Geburt. Mir gefällt es sehr, sehr gut, dieses Motto, glaube an dich. Ich habe es ein Leben lang getan. compassionate Mercedes, Alyffern, deri Gefühle und Sauberng-Göpfe X-Lebschi. Nach dem Roadshow, deri Gefühle und Sauber industri investiert werden seitdem